Hallo Ladies und Gentlemen, was geht ab? Wir haben gerade das Intro verpasst, deswegen übernehme ich einfach mal die Führungsrolle und sage Hallo Tondinell. Hallo Oscar, das ist schön wie lange ich überlegt habe, wer ist denn jetzt dran? Zwei doofe ein Gedanke. Ja, ja hallo ihr Lieben, ja wir sind auf dem Weg zu Fafnir, der Pfeife, der Pfeife Fafnir, oh oh. Oh, meiner, du gehörst mir, komm, hallo, hier ist ein, okay, nein, danke schön, jetzt bist du gefragt. Ja, ja, ich bin schon dabei. Weg da und mich wieder überleben, wo bin ich denn? Och geil, der hat mich gleich wieder, die spielen hier wieder. Na, hier, komm, komm, hol sie, komm. Sie hat ihr Leben gegeben. Oh, wo ist mein blöder Handschuh? Da, direkt vor dir. Mann. Ich mag mein vergiftetes, meine Mordor-Klinge. Ich sag jetzt mal einfach Mordor-Klinge dazu. Och, du schon wieder. Was mach ich denn da überhaupt? Keine Ahnung. Auch nicht. Ich mach mal das. Au. Was hast du, Alter, hast du es mit dir gemacht? Ich glaube, ich bin nass oder so. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Glaube ich nicht. Schanker. Schitte Böen. Was war das? Kann ich da? Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Oh, shit, you shit. Ich bin tot. Also, der ist ein Blitz. Ein Blitzschild wäre, glaube ich, bei dem ganz cool, übrigens. Äh, ein Blitzschild. Ich bin tot. Da bist du wieder. Und ich bin ein bisschen eingefroren, aber... Oh, Alter, ich bin tot. Warte, ein Moment. Mann. Dankeschön. Das war das, was wir geklärt haben. Jetzt sind wir verweilt. Hab ich dich nicht wiederbelebt? Nee. Geil. Geil, ne? Hatte ich nämlich, eigentlich, dachte ich. Jo. Puh. Anscheinend nicht. Ist jetzt schon wieder gut los, Leute? So. Ach. Warte. Bleib zurück, Holdemite. Ich werde mich um diesen Bastard kümmern. Ich werde ihn hier versuchen, wieder festzublitschen. Nicht mich, den Yeti. Mach ich doch. Ich hab kein Zierwasser getrunken. Was willst du von mir? Eine 50-prozentige Chance würde mir schon reichen. Dass der immer meckern muss, Leute, oder? Also... Ich will dich mal sehen, wenn's Höschen brennt. Ja, ich weiß. Das würdest du gerne mal sehen. Ach. Ach. Da ist sie. Ja, euer Feind. Ach, ja. Hier bin ich. Huhu. Jetzt komm halt her. Hier bin ich. Ey. Nein, ich will nicht mit euch spielen. Mach du doch mal Feuerschaden drauf, Mensch. Free Hugs. Ich mach das hier. Ja, das bringt mir aber nix. Hallo. Witz. Lauf. Ja, einen haben wir gleich. Ja, seh ich. Die spucken auch. Der nicht mehr. Oh, das ist nur bei den Schlechten. Das kann sein. Der hier kotzt grad ein bisschen Blut. Das ist Gesundheitsblut. Nee, nee. Guck mal. Guck mal. Hast du das gesehen? Ja, das ist das Schwert von mir. Das muss mein Schwert sein. Oh, hier. Spontane Menstruation am Boden. So, und ich mach mir jetzt erstmal ein Blitzschild, bevor ich jetzt hier weiterlaufe. Wie geht denn Blitzschild mit? Na, A und E. A und E und auf mich. Und ich hau ihn jetzt erstmal auf die Fresse mit dem Schwert. Mir reicht das jetzt. Oh, warte. Komm mal wieder zurück. Geht es? Komm mal wieder zurück. Ja, ich würde gehen. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, Hage. Hage. Wo ist denn mein bekloppter Handschuh? Oh, warte, ich hab den noch. Okay, vergiss es. Wir könnten auch hier hinter dem Graben und, äh, nein? Nein. Aber, vielleicht ist er ja ganz nett und, äh, wir müssen mit sich diskutieren. Ja, Oskar, du musst den Tast drücken und nicht da reinrennen. Hallo. Oh, jetzt hat er mich. Ja, was hat er dich? Ach, krass, das war das Falsche. Ah. Au, 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 au. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Das ist aber schrecklich. Ups, nein. Falt die Taste. Falt die Taste. Ähm, er hat mich gerade gegrillt. Ja, ja, Moment. Danke. Okay, A und E. Ach, was mach ich denn? Was? Wie ist das dann passiert? Ich bin tot. Da bist du wieder. Oh, gerade rechtzeitig. Sorry, so schnell bin ich nun auch wieder nicht. Aber sagt man, Leute, ich habe doch gerade noch voll Energie. Wo ist denn das Netz jetzt schon wieder schiefgelaufen? Riechst du gerade Haken an der Sache, Junge. Verstehst du? Oh, ey. Ein Königreich für einen Kontrollpunkt. Ja. Geh mal. Dann musst du erst an mir vorbei. Nein, er frisst mich. Ja. Ne, was ist denn das für eine Scheiße hier? Jetzt haut drauf, Mann. Das ist auch immer voll blöd, ne? Da steht ja dann immer Leertaste befreien. Du kannst dich aber nicht befreien. Vergiss es. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Mir ist ganz schlecht von die Burritos gestern. Ja, dann so sieht er auch aus. Da ist dein Handschuh. Ja, ich muss dich aber erstmal hochreihen, bevor ich... Geh'n Handschuh. Geh'n Handschuh. Vielleicht dein ist nix mehr. Links hab ich meine Mordor-Klinge wieder. Man muss das auch positiv sehen. Ja, ich versuch's. Bleib doch mal da hinten. Geh'n gleich ein Stück weiter nach links von dir aus, dass du gleich weiter zurück gehst. Genauso. Genauso. Du brennst aber übrigens. Ja, das ist jetzt vollkommen egal. Auf eins schickst du an die Klinik. Aber ist... Kommst du jetzt... Alter, was haben die denn gegen dich bloß? Ich weiß es nicht. Kann ich dich? Nee, du bist noch da. Wo? Da. Siehst du nicht? Ja. Sag mal. Ja. Oh. Oh. Danke. Ja, so bin ich. Selbstlos. Blitzschild. Ach ja, Blitzschild. Blitzen. Ja, aber was ist denn das Genteil von Blitzen? Äh, Wasser? Wasser? Was leitet denn Blitz? Ich mach's, du's mal. Nee, das interessiert ja nicht die Bohne. Aber... Shit. Warte, ich verhinde mal, dass er näher kommt. So, hier, damit kannst du rumspielen, mein Freund. Na, aber er macht ja Blitzschaden. Ich glaube nicht, dass Blitzschaden mit ihm so effektiv ist, oder? Das war so. Obwohl, es geht eigentlich. Oh ja, doch, geht. Und noch einen zu mitnehmen. Doch, 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 doch. Das war... Das war... Ich, ähm... Ja, wir waren schon... Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ah! Oh, Kontrollpunkt. Yeah! Okay. Ich... Gesundheit! Ja, Gesundheit. Ich würde mal sagen... Ähm... Wieso kann ich denn nicht... Achso. Ich blöd bin. Okay. Achso, das ist ja schon mal ne... Oh, ich hab immerhin mein Handschuh irgendwie nicht mehr. Aber na gut. Na, man muss auch Abstriche machen. Was seid denn ihr für Viecher? Ja, freil mich auch gerade. Aber ein Blitz interessiert ihn mal null. Was war das? Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Äh, ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ich nicht? Äh. Nein, bist du nicht. Sag ich doch. Alter, was ist eigentlich mit ihr für ein Typis? Also, der hat irgendwie... Meine Mordorklinge, Mann. Pär. Und mein... Ich will meinen Stab. Oh, Mann. Ich mach jetzt erstmal ein Schild hier oben drauf. Ja, ist gut. Hallo, beweg dich! Ich will jetzt mal hier ein bisschen zuhauen. Ey, möcht ihr mich ja offensichtlich auch alle hier total gern? Mhm. So, ich werde mich um ihn hier mal schon mal kümmern. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin gerade gestorben. Könntest du mal bitte? Krieg's. Könnte ich, na klar. Ich hab wieder Belebung. Hallo. Ah. Jetzt könnte ich, ja. Na geil. Was mach ich? Ich blöde ja, mach mir jetzt Schild. Gegen Heilung. So, der ist weg. Gut. Oh, ich bin tot. Alter, das macht dir an viel Schaden. Da bist du wieder. Bis ja. Okay, das ist gut. So. Puh. Was hat der für einen Stab? Willst du den Stab mal gucken, da? Den er hat? Ja. Aber warte, wo ist dein Handschuh? Mein Handschuh? Ich weiß nicht, wo er ist. Was ist denn das für ein Stab? Aber eigentlich müsste ich den doch haben, oder? Ne, wenn du jetzt mehrmals gestorben bist schon. Na, ich hatte den gerade schon nicht. Achso, naja, ist ja egal. Äh, redliche Runenrute. Dieser Stab wurde von den Zwergenpriestern Gesundheit genutzt. Ähm, Garderhölz genutzt. Blitz in Immunität, Aura und aktive Fähigkeit Blitzschaden, Aura. Hm. Ja, okay. Blitzschaden ist ja meins. Hm. Ich hab mal meinen, Gott sei Dank. Mein, ich verpiss mich, Stab. Warte mal, was ist hier unten re... Hm. Das mochten die nicht Feuer, ne? Ne, weiß ich nicht. Ich hab die geblitzschedings eigentlich eher so. Du hast ja eigentlich... Nee, okay, das interessiert die nicht. Das interessiert die auch nicht. Alter, Fighter, die hauen aber auch zu. Das ist ja wahnsinnig. Das interessiert die irgendwie bei mir gerade. Hier. Ich kann da drauf fahren. Also, Entschuldigung. Ich kann da drauf fahren mit was... Jetzt. Hahaha. Ihr könnt mich hier, Lutscher. Upsa. Ich kann irgendwie... Achso, die haben Schilde. Die haben Schilde. Warte mal. Aua. Das war ein Schilde. War das nicht Frost? Okay, das ist nix. Ich frage mich nicht. Du hast doch immer die beschädigten Dinger da. Hast du doch immer Frost und Arkan, oder? Ja, äh, Frost und Arkan. Ja, genau. Geht weg. Ich will keinen, mein Freund. Das geht aber nicht. Jetzt verpisst euch, Mann. Äh. Wasser und Arkan. Bringt auch null. Das ist für ein Tod. Okay, warte. Oh, Alter, die... Ja, genau. Prügelt euch gegenseitig. Da bin ich voll für. Äh, ja. So, das habe ich erst mal ausgeteilt. Ja, die machen ja auch gerade gar nix irgendwie. Das war total bekloppt, was ich gerade... Ich wollte eigentlich das und das. Ja, das läuft doch schon mal sehr gut mit meinem Schwertchen. Ja, der Hauptmann auch noch mal erwische. So. Ähm. Was war... War doch Shift, oder? Shift und dann die linke Maustaste. Nee, weil ich habe doch diesen Vergiftungsschwert, Dingsbums. Nee, aber das scheint das Einzige zu sein, was bei denen wirklich funktioniert. Jetzt kotzt er mich zum... Äh, Alter, du kotzt mich an. Was denn das Wort ist. Also unabhängig, dass es total umständlich ist, wenn die Gegner laufen, was sie ja auch tatsächlich nie tun. Quasi. Wo ist er denn jetzt? Da. Oh, tschüss. Okay. Ich werde garantiert nicht eine Axt nehmen wegen... Nee. Also ich habe das System, äh, dieser Freundin noch nicht verstanden. Aufs Maul. Einfach. Ja, wahrscheinlich. Wir können sie wegspüffern. Wegspüffern? Mhm. Ah. Das ist das neue... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte mal kurz. Was war das nochmal? Das war... Blitz und G, ne? Ja. La, 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 la. Na, kommt mal. Na, Freunde. Irgendjemand? Oh. Oh. Ups. Au, 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 au. Das war nicht ganz so geplant. Tut mir leid. Ich bin gleich tot, aber egal. Du machst davon. Du wirst doch ohne mich weiterziehen können. Bin tot. Warte mal. Ja, ja, gleich. Genau. Ja, du gleich auch. Wow, was war das? Du bist da. Und ich bin tot. Und du auch. Ich auch. Wow. Fuck you. Du einäugiger, brillenverkaufender Arsch. Lass mich gerade nur rauskommen. Es war so klar. Oh, nee. So langsam. Also so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch meine Geduld bei dem Spiel so ein bisschen überstrapaziert. Oh, hatte mir gerade 191 plus mein Schild abgezogen. Aua. Na, warte, mein Freundchen. Na, komm mal hier. Oh. Okay, jetzt. Das kann ich übrigens auch, Jungs. Ja, ich weiß. Ich bin brennen. Oh, mein Gott. Ich bin tot. Alter, hatte mir gerade. Ei. Boah. Mit einem Schuss. Ja, ja. Hat der mich vorhin auch weggenutzt. Ganz easy. Kann der das. Vielleicht nicht mehr, weil er nämlich vergiftet ist und krepiert. Ja, wärst du so nett? Ja, warte. Ich glaube, du hast mich gerade abgeschossen, oder? Er hat mich abgeschossen. Nee, ich hab nichts gemacht. Aber ich hab ihn dafür mit meinem vergifteten Schwer. So, Jungs. Jetzt heißt es nur durchhalten. Tschüss. Tschüss. What? What? Hallo? Was machen die denn? Oh, Mann. Ich mach mal kurz. Danke. Die. Judäische Volksfront bilden wir hier. Mal lass mal. Brauchst du dich nur bewegen. Warte mal kurz. Komm, ein Treffer. Warte mal, bitte. Ja, ich kann überhaupt nicht. Der möchte mir... Krieg mal denn dieses blöde Schild da von ihm weg. Ich treffe ihn nicht mal so. Naja, das ist ja das Problem. Er hat ein Schild. Jetzt hab ich ihn getroffen. Jetzt heißt es nur noch durchhalten. Warte mal, ich muss erst mal kurz hier warten, bis mein Schild sich hier abbaut, damit ich mich auffallen kann. Ähm, da, 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 da. Kreative Pause. Ach, jetzt. Das wird lustig oder würde nicht. Ich drücke... Wahrscheinlich eher nicht. Genau. Ich glaube... Aber denk da dran, nicht nach vorne zu laufen. Jetzt nicht, dass du den Tyrannosaurus da vorne nochmal gleich... Ja, ja. Das ist aber auch fies. Das hier hat die Null. Ja, ja. Alter, ein... Mach dein Schild auf, Mann. What? Was ist denn? Was, ihr raten? Oh, Asuka, ich hab keinen Bock mehr, ey. Mann, geht mir denn das auf die Eierstöcke, ey. Auf alle drei. Also irgendwie... Ja, was haben die denn für ein Schild? Ich seh's doch nicht. Was kann ich denn machen, um dieses bekloppte Schild da loszuwerden bei denen? Komm her. Das bringt nix. Teleport funktioniert nicht. Ich bin tot. Äh, ungünstig? Mhm. Ich weiß. Ich... Ich komme immer ungelegen. Das bringt nix. Doch, das hat aber Schild... Das hat aber Schild gemobselt. Was denn? Wie denn? Wo denn? Was? Wie? Wo? Ich bin hier... Ähm... Der Feuerball entfernt die Schilder. Mhm. Ich mach die erstmal alles schildlos, ja. Ich fröstle aber wie jetzt... Weil dann... Weil dann nehmen sie mich auch nochmal in Schaden. Ich fröstle meinen Hauptmann hier ein. Einfach im Kreis um mich rum. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Ach, das war ja... Das war... Ach doch, nicht nach hinten laufen. Was immer, das war ich jetzt auch. Cool, hä? Was ist denn das? Ich bin sauber. Ich kann machen, dass die Luft riecht. Ja, das kann ich auch. Nach Rosen, natürlich. Natürlich nur nach Rosen. Nur, natürlich nur bei Rosen, ja. Das ist so... Nein, nur nach Rosen, nicht nur bei Rosen. Ich kann nur bei Rosen machen, dass die Luft stinkt. Das ist so... So, ich muss meine Klinge haben. So, nimm. Warte mal. Da oben ist mein Stab. Den hätte ich gerne nochmal wieder. Halt dich erstmal auf. Ja, ja. Ich hatte gerade Schild. Achso. So, und dann mach ich mir auch gleich ein Blitzschild. So, das nehmen. Und... Das nehmen. Äh, Blitzschild sagst du? Also das da? Okay, mehr geht nicht. Ach, Mann. Jetzt mach doch einfach... Danke, ja. Nee, jetzt hab ich irgendwie ein Karnschild. Ich weiß zwar nicht warum, aber... So, jetzt vielleicht. Ja. Jetzt warte mal. Ich mach mal eben ganz kurz ihm hier die... Oh, fuck. Nee, warte mal. Ich versuch mal was. Ja, ja, ich weiß, ich brenne so ein bisschen. Vielleicht kann man ein bisschen zurücklaufen. Vielleicht. Komm, lass uns mal hier runter, so irgendwie... Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen... Taktischen Vorteile oder so. Ich glaube, es ist zwar nicht, aber... Das haben wir jetzt hier unten erst mal noch ein Gegner gerade. Oh, jetzt nicht mehr gerade, aber... Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Nee, das wollte ich auch nicht. Verdammt. Ah! Brauchst du dein Schild hin? Ich wollte... Warte mal, halt die mal ganz kurz so. Bleib da, so. Hä? Könntest du mich mal bitte wiederbegeben? Und E ist okay. Äh, ja, mach ich glatt, warte. Du bist nass. Ähm, ja, okay. Das ist ein guter Ratschlag. Äh, W und A. Da bist du. Daneben, mein Freundchen. Das fehlt dir nicht. Der hat ein Blitz-Aura. Äh, okay, vielleicht Feuer? Ja, das ist doch mal gar nicht so schlecht. So. Ich bin schon wieder tot. Ja. Da bist du wieder. Oh. Also Feuermarker gerade nicht so. Jetzt kannst du wieder ein Blitzen machen und so. Ah, Feuer stehst du doch nicht so, mein Freundchen, hä? Das ist aber gut, Junge, hier. Oh, scheiße, ich bin doch gleich wieder tot. Aber sowas von. Aber jetzt. Du olle Ratte. Da liegt eins. So. Ja, ich glaube. Lut, Lut, Lut. Ich glaube, es ist schon wieder Folgenpäuschen Zeit. Ich habe noch einen neuen Anzug, damit die Leute sehen. Ja, das kann sein. Ich habe keinen Timer. Äh, ich auch nicht. Gut, ihr Lieben, dann verabschieden wir uns für diese Folge. Und, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal im Chaos-Simulator. 2015. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.